Bombenbody mit 51! Salma Haik zeigt sich auf Instagram im Bikini Salma Haik postet auf Instagram ein Foto von sich in knapper Bademode. Ein seltener Anblick, der uns vor Neid erblassen lässt. Auf Instagram gewährt Salma Haik regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, die Schauspielerin teilt nahezu alles mit ihren 5 Millionen Fans. Doch so freizügig wie auf einem ihrer jüngsten Schnappschüsse bekamen ihre Anhänger die Hollywood-Diva auf dem Online-Bilderdienst noch nie zu sehen. Ein Blick in die Ferne, ein sexy Zweiteiler und Kurven zum Dahinschmelzen. Ja, in Sachen Bikini-Body steht Salma ihrer jüngeren Konkurrenz in nichts nach. Mit diesem Foto beweist die Mutter eines 10-jährigen Mädchens, dass sie mit 51 Jahren noch immer in Topform ist. Ihre Fans sind begeistert. Ich hoffe, dass ich genauso heiß sein werde wie du, wenn ich in deinem Alter bin, wünscht sich ein Anhänger in den Kommentaren unter dem Bild. Du siehst unglaublich aus, kommentierte ein weiterer User den Schnappschuss. Ich gratuliere dir zu diesem wunderschönen Körper, schrieb ein anderer. Quelle. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020